Jan van Aken von der Linken nennt diejenigen, die jetzt über Rückführungen, Abschiebungen nach Syrien nachdenken und sprechen, verkommene Drecksäcke. Was sagen Sie? Also ich würde mir diese Sprache definitiv nicht zu eigen machen. Ich finde einfach diejenigen, die jetzt so sprechen, unseriös und populistisch. Weil es sicher legitim ist, darüber nachzudenken, was es bedeutet, ob es zur Rückführung oder auf freiwilliger Rückkehr kommen wird. Nur jetzt kann man das überhaupt nicht valide und verlässlich sagen. Das ist schlicht faktisch nicht möglich. Daher ist die sofortige Reaktion Ausdruck von Ahnungslosigkeit in Sachen Migrationspolitik. So würde ich es benennen. Es hat auch niemand davon gesprochen, dass man die Leute jetzt direkt alle abschieben muss. Sondern natürlich muss man erstmal abwarten, wie sich die Lage stabilisiert dort. Aber generell ist es nun mal so, dass diejenigen, die zumindest als Asylgrundverfolgung durch den Diktator Assad angegeben haben, ja jetzt an sich zurückkehren können. Und es gibt ja auch Urteile beispielsweise vom Oberverwaltungslandgericht Münster, das entsprechend sagt, dass Syrien an sich in großen Teilen ein sicheres Land ist. Dementsprechend, wenn das jetzt auch so bleibt, kann man natürlich die Leute abschieben. Man muss sich das ja mal vorstellen, dass teilweise Leute Urlaub machen in Syrien und auch ein Bundestagsabgeordneter der AfD hat in Syrien eine Berichterstattung gemacht. Ja, also so gefährlich kann das ja da hinten dann gar nicht sein. Also Nachdenken verboten? Nein, überhaupt nicht. Aber einfach Orientierung an der Tatsache. Zum einen gibt es jetzt richtigerweise Zurückstellung aller laufenden Anträge durch das BAMF, weil aktuell nicht entschieden werden kann. Und wenn die Lage sich geklärt hat, verstetigt hat, wird es unter Umständen eine neue Entscheidungspraxis geben. Die kann dann so aussehen, dass es zum Beispiel nicht mehr serienweise Entscheidungen für subsidiären Schutz und teilweise auch Flüchtlingsschutz gibt. Aber das muss man abwarten. Nein, das muss man nicht alles abwarten. Der subsidiäre Schutz wurde von zahlreichen Landesoberverwaltungsgerichten bereits gekippt oder in Frage gestellt. Das sind auch am Ende immer Einzelfallentscheidungen, die aber von der Gesamtlage abhängen. Und zum anderen geht es dann natürlich um die Hunderttausenden von Syrern, die noch mit Schutzstatus in Deutschland sind. Und dann wird zu klären sein, gibt es Widerrufsverfahren des BAMF. Das hieße aber im Ergebnis, wenn alle in den Widerruf gehen, dass mehrere hunderttausend Menschen abgeschoben werden müssen. Und dann sollen diejenigen, die das realisieren wollen, bitte auch erklären, wie das operationalisierbar ist. Ja natürlich, Herr Lind, wenn Syrien wieder sicher ist, natürlich müssen dann hunderttausende Syrer zurück in ihr Land. Sie haben hier Asyl bekommen. Das heißt, sie haben kein dauerhaftes Bleiberecht, ja. Und dann müssen sie natürlich in ihre Heimat zurückkehren. Und da sollten wir natürlich mit denen anfangen, die hier straffällig sind, die sollten wir jetzt eh schon abschieben. Dann natürlich primär erstmal die, die Bürgergeld empfangen, ja. Und die, die hier arbeiten, mit denen kann man sich natürlich ein bisschen Zeit lassen. Wie soll das funktionieren? Wie kann man das operationalisieren? Ja, ganz, ganz klar. Nicht, indem man denen auch Geld hinterherwirft, wie einen Jens Spahn fordert, sondern indem man entsprechend die Polizei nach Hause schickt und dann geht es in den Abschiebeflug, ja. Den können wir natürlich finanzieren. Natürlich wird das auch erstmal Kosten verursachen, aber wenn man gegenrechnet, was es immer kostet, den laufend Bürgergeld auszuzahlen, dann hat man das ja nach einem Jahr wieder drin, das, was man dann für entsprechend Polizei und so ausgeben muss. Vielleicht sollte man das auch mal nicht nur der Polizei überlassen, sondern eine neue Behörde gründen, die sich nur für Remigration einsetzt. Also eine Remigrationsbehörde, die entsprechend Beamten abstellt, die dann Leute verfolgen und entsprechend abschieben, ja. Wäre auch mal ein Vorschlag. Das muss ja nicht jetzt ein voll ausgebildeter Polizist machen, der gegebenenfalls anders besser genutzt werden könnte. Bin ich dafür, Schritt für Schritt vorzugehen und vor allem auch zu klären, wie das Ganze funktionieren soll? Ja, das klingt logisch, ist sicherlich mit den anderen von der Gegenseite auch sicherlich besprechbar. Gehe ich mal von aus, 47.000 im Asylverfahren, die jetzt gestoppt werden oder on hold gesetzt werden, das finden Sie praktikabel und richtig, auch mit den Fristen? Ja, das finde ich richtig. Von den 47.000 oder etwas über 47.000 sind es allein 46.000 Erstanträge. Die andere Zahl sind sogenannte Folgeanträge. Und jetzt zu entscheiden, also jetzt positiv zu entscheiden, wäre nicht korrekt, da ja Hoffnung besteht auf Freiheit und Demokratie und dann es auch nicht mehr berechtigt wäre, wenn eine demokratische Lage und nicht mehr systematische Verfolgung oder auch Verfolgung durch bestimmte Gruppen erfolgt, wäre es nicht mehr berechtigt, subsidiären Status im Regelfall zu geben. Umgekehrt weiß man aber nicht, in welche Richtung sich die Situation bewegt. Nee, man sollte die Leute einfach direkt jetzt ablehnen, ja, weil es gibt ja Urteile von Gerichten, die sagen, Syrien ist sicher. Und man sollte vor allen Dingen auch mal hinterfragen, sind es überhaupt alle Syrer? Und man sollte auch mal hinterfragen, warum kommen die jetzt? Warum erst jetzt? Ich meine, der Bürgerkrieg, der ist ja, glaube ich, schon seit 2015 in Syrien oder noch länger. Warum kommt man auf die Idee, neun Jahre später in einem anderen Land Asyl zu beantragen? Also wo hat man sich die letzten neun Jahre aufgehalten? War man ein Großteil dieser Jahre in Syrien? Dann kann es ja auch nicht so schlimm gewesen sein. Dann ist es nichts anderes als eine, ja, Art der Wirtschaftsmigration. Und hier kommen wir auch wieder zum Punkt, was wir vor allen Dingen machen müssen, ist immer diese Pull-Faktoren zu stoppen, nur noch Sachleistung für Migranten. Und dann die nächste Sache, also für Asylbewerber meine ich in diesem Fall, nicht für irgendwelche Wirtschaftsmigranten, die hier legal in Deutschland sind. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Und da muss man halt einfach auch mal hinterfragen, ne, hinsichtlich offener Grenzen und so. Wie kann es sein, dass die überhaupt alle nach Deutschland gekommen sind? Wir müssen endlich mal zurückweisen an den Grenzen. Es kann nicht sein, dass die Leute durch ganz Europa spazieren, in zahlreichen sicheren Herkunftsländern sind und dann aber in Deutschland ihren Asylantrag stellen. Wir sind in unserer Gesellschaft. Was machen wir denen für ein Angebot, hier zu bleiben? Ich habe heute gerade über das Thema mit Leuten gesprochen. Und es macht aus meiner Sicht doch überhaupt keinen Sinn, jetzt Leute, die schon lange hier sind. Viele Syrer haben übrigens schon Niederlassungserlaubnis, auch immer mehr eine Einbürgerung, aber abgesehen davon, so viele, die Steuern zahlen, Sozialversicherungsbeiträge, gut integriert sind, die Sprache beherrschen, auf dem Arbeitsmarkt sind, die jetzt abzuschieben, prioritär abzuschieben, bei dem Bedarf an Arbeitskräften ist nicht wirklich vernünftig. Natürlich müsste man, wenn man widerruft, das tun, aber dann wäre wirklich überlegenswert, sollen nicht die Personen erstmal hier bleiben können, da es ohnehin nicht funktionieren wird. Aktuell scheitern 61 Prozent aller Abschiebungen. Im letzten Jahr wurden ungefähr 16.000 Leute abgeschoben, bis Ende September dieses Jahres sind von 38 Abschiebungen bundesweit 61 Prozent gescheitert. Das heißt, es ist weder umsetzbar noch sinnvoll. Und wenn wir uns konzentrieren wollen, wie ja immer gesagt wird, insbesondere auf Gefährder, Leute, die straffällig geworden sind und andere, dann ist, glaube ich, die Gruppe gut integrierter Syrer, gut integrierter syrischer Familien, die hier arbeiten und leben, nicht die Gruppe, an deren Abschiebungen man jetzt zuerst denken soll. Also ganz, ganz klar müssen natürlich Straftäter jetzt schon nach Syrien abgeschoben werden und als nächstes sollte man natürlich die ganzen Bürgergeldempfänger abschieben, gar keine Frage. Die sind ja auch meistens deutlich weniger integriert. Ja, mit den entsprechenden, vor allen Dingen Familien, die allerdings sich gut integrieren und auch kein Bürgergeld beziehen, kann man natürlich etwas länger warten. Und man könnte auch darüber überlegen, ob man entsprechend Möglichkeiten schafft, dass sie hier regulär bleiben dürfen über entsprechende Verfahren, die dann aber nicht über das Asylverfahren läuft. Denn das Asyl gibt einem ja keinen Grund, länger in Deutschland zu bleiben, nur wenn es im Heimatland wieder sicher ist, ja. Das heißt, wir dürfen auch hier nicht die falschen Anreize setzen und, ja, sag ich mal, der ganzen Welt die Hoffnung machen, ja, wenn du über die Asylschiene nach Deutschland gelangst und Drück hast und dich gut integrierst und so, dann kannst du hier bleiben. So ist es ja nicht, also so soll es ja nicht passieren, ne. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher, ja, eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank.